Gleich in der Nähe des Naturparkhauses am Buchenberg in Weidhofen findet sich ein neuer Bogenparcours mit attraktiven, naturgetreuen Zielen. Mit Unterstützung von Naturparkchef Andreas Blachi konnte eine Gruppe von Handelsakademiestudenten in das Robin Hood Metier hineinschnuppern. Und die Jugendlichen fanden es eine coole Sache und Pfeil und Bogen stehen auch den Mädchen gut. Blaue, rote und weiße Flecke kennzeichnen die Abschussstellen für Anfänger und Profis. Manche Ziele sind oft gut versteckt und gar nicht einfach zu treffen. Die zu jagenden Ziele sind lebensgroß und immer gut beschrieben. Einen gelungenen Plattschuss feierte man anschließend im Naturparkhaus. Die zu ich in der Nähe des Lebensstilforsitzenden 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 in der Nähe